Mittelfeldspieler Arne Maier von Hertha BSC hat sich mit starken Leistungen in der Bundesliga offenbar in den Fokus der Premier League-Klubs Arsenal und Manchester United gespielt. Das berichtet die Sportbild. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Demnach wurde der 19-jährige Maier zum Saisonstart mehrmals beobachtet. In diesen Spielen stand der U21-Nationalspieler jeweils über die volle Distanz auf dem Platz. Arne Maier gab 2017 sein Bundesliga-Debüt für die Hertha bei der Hertha hat der Youngster erst im Februar seinen Vertrag bis 2022 verlängert. An einen Abschied dachte er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt, sich abzunabeln, aber wann das sein wird, weiß heute niemand. Sagte er dazu im Sommer dem Kicker. Meier feierte im Mai 2017 sein Debüt in der Bundesliga. Seitdem absolvierte er 21 Partien im Deutschen Oberhaus. Mehr zu Hertha BSC.